Weltenstaub 40 Und der Zwergenstahl Es war gewalttätig, grausam Klingt nicht anders als dieses Land Es war wärmer Es war wirklich wärmer Deutlich wärmer Wie erledigen wir den? So Und dann von der anderen Seite Den hab ich auch schon lange nicht mehr gesehen Aber der brachte immer ganz nette Crafting Materialien Das bringt er dann jetzt wahrscheinlich auch Hoffe ich zumindest Na, was haben wir hier? Schliffendes Metall Zwergenstahl, okay Zwergenstahl Steinholz Hm Weiter geht's durch Midgard Hup! Fria! Wie ging es Siegrun bei eurem letzten Treffen? Sie ist immer noch körperlos, seit Kratos sie aus ihrem verderbten Dasein befreit hat Aber das hält sie nicht davon ab zu helfen, wo sie kann Die Wahrheit ist Ich schulde ihr mehr, als ich je zurückzahlen kann Sie wäre da wohl anderer Meinung Als wir sie befreiten, sprach sie fast nur von ihrer Verehrung für dich Zu sehen, dass du wieder sie selbst bist, wäre sicher Belohnung genug Die Ruderer Ach Ein Denkmal für Eroberer Ihre Schiffe waren aber spitze Mhm Ufer der Neuen Gehen wir doch mal hier durch Da sind die Ruderer Es ist schon sehr lange her Sehr, sehr lange Fuck Ich glaube Atreus war auch genau an der Stelle Ich bin mir ziemlich sicher, dass Atreus hier war Wir sind hier lang gelaufen Da oben ist ein Rabe Ich weiß nur jetzt gerade spontan nicht, wie wir direkt da rankommen So, wollen wir mal gucken, wie schwer Die hier sind, die hier durch Wow Wow Also grundsätzlich machbar Aber natürlich nicht, wenn man sich so anstellt Krasser Scheiß Auf einmal diese ganzen Explosionen um mich herum Piu, piu, piu Bis zum nächsten Mal Ja, das ist ein Rabe So, der ist erledigt. Jetzt haben wir den noch. Der haut einfach ab, der Bastard. Das ist doch einfach nur Mist schon wieder, ey. Das ist zum Glück nicht wie bei Dark Souls, wo einer die Tode zählt, weil das würde jetzt langsam die Skala sprengen. Ich verstehe aber auch nicht, warum manche Fähigkeiten, die ich mache, plötzlich schwächer sind als vorher. Zum Beispiel der hier. Beim letzten Mal war es doch so. So, schalten sie durch Drücken von, ach wir haben gar nicht mehr, ach, wir haben gar nicht mehr diese Fähigkeit. Wir benutzen jetzt gerade diese Fähigkeit. Ja, dann ist das natürlich, dann verstehe ich das. Dann verstehe ich das. Aber wie war das denn zum Beispiel, welche Fähigkeit war das noch, wenn man die Axt zurückschmeißt? L1 und R2, okay. Da habe ich immer eine zu wenig gedrückt. Das war schon. Du hast es aber auch immer mehr, wenn man die B electrochmeißen hat. Das war schon. L1 und R2, okay, das war schon. Du bist jetzt. Ach, Leute, wisst ihr was? Ich weiß nicht, was los ist. Ich weiß es einfach nicht. Vielleicht muss ich mehr Casual Games spielen. Also welche, wo man wirklich da noch einen leichten Schwierigkeitsgrad oder wo die Spieler generell leicht sind. Weil das ist doch einfach... Also mittlerweile ist es doch wirklich auch nicht mehr zu begreifen, was hier so abgeht. Also ich zumindest begreife es nicht mehr. Ja. 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 Nein, das ist so richtig. Vor allen Dingen ist der Typ einfach saustark. NOOOOO!!! Fängt das schon wieder an, fängt das ernsthaft schon wieder an, genauso wie die ganze Zeit und genauso wie die ganze Zeit und genauso wie die ganze Zeit. Warum hat er den Folgeangriff nicht gemacht? Ja, ich versuche es ja auch, aber... Aber ich... Undo! 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 Geht! Ja, nach dem 50. Versuch. Absolut beeindruckend. Immerhin haben wir jetzt nun endlich diesen Riss geschlossen. Wir bekommen ein wenig Weltenstaub. Wir bekommen Steinholz. Da kann ich da nichts so Schlechtes gegen sagen. Aber ja, es ist schon... Es ist schon ein bisschen belastend irgendwie. So, wir holen jetzt jetzt das Teil. Falls da denn was kommt, da kommt was. Das führte ja zu einem der Welten-Türme. Die Frage ist nur, was bedeutet das auf lange Sicht? Können wir von da aus irgendwo hin? Wahrscheinlich nicht. Hier ist noch ein Weltenriss. Ist das dein Ernst? Ist das ihr Ernst? Wo führt denn das hin hier? Hier hin? Okay. Und wo kann ich von hier aus noch hin? Wieder runter? Nee, wir kommen irgendwo anders raus. Ah. Geschliffenes Metall. Ist aber auch eine Rune. Okay. Dann gucken wir uns jetzt aber den Weltenriss oben nochmal an. Oh, das ist immerhin kein Kampf. Das ist schön. Zur Abwechslung mal. Weil diese Weltenrisskämpfe sind doch immer sehr nervenaufreiben, wie ihr schon gemerkt habt. Wo kommen wir durch, wenn wir hier reingehen? Achso, einfach wieder zurück. Okay. Auch nicht schlecht. Dann haben wir das jetzt weg. Hier sind zwei Iktrasilrisse. Okay, das erklärt es. Welche Quest ist hier? Die Ruderer. Sigruns Fluch. Waren wir hier? Ah ja. Wir können wieder runter, Freya. Sie denkt sich auch so, Alter, dein Ernst? Ich bin eben gerade erst angekommen. Jetzt wieder zurück. Yes. Hier geht es auch nicht weiter. Ich glaube nicht, ich glaube nicht, dass Kratos hier durchpasst, oder? Er passt da durch. Aber wir können vor allen Dingen auch hier hin, weil wir die Chaosklinge haben. Atreus hatte die nicht. Mimir, schau mal. Noch eine Fjördlund-Markierung. Ja. Dieser Ort muss zu Sigruns Reich gehört haben. Ein erster Außenposten für die spätere Ausweitung. Fjördlund. Die nächste Markierung. Und ein mystisches Tor. Und ein Gegner. Pupherions. Zu. Oh. Und alle erledigt. Sieht sehr danach aus, ja. Vor allen Dingen mit diesen Hehl-Räubern dazwischen. Hugsilber. Und viel interessanter, eine Nornentruhe. Es muss noch einen anderen Weg geben. Ja, den wird es geben. Die Frage ist nur, wo. Da haben wir auf jeden Fall noch was. Hier ist nichts. Hier ist die. Ah, look at that. Hä? Wieso kriegen wir die nicht weg? Wir müssen ja irgendwie da rankommen, oder nicht? Komm mal hier hoch. Ah, okay. Ja, gut. So geht's natürlich auch. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Die kriegen wir leider nicht anders erledigt. Außer so. Mein Gott, es ist schon lange her mit dem Feuer-Räubern. Ich hoffe jetzt theoretisch, dass wir schon langsam mal auch ein bisschen Ruhe haben. Komm zu her. Oh nein. Oh nein. Oh, oh, oh. Das war auf jeden Fall leichter als die erste Pürscherin. Wenn du Energie durch ihr Geweihströmen siehst, scheint mir das ein guter Zeitpunkt zu sein, auf ihren Kopf zu zielen. Hm. Hm. Okay, wie kommen wir nun aber weiter? Ich würde mal sagen, wir müssen hier weiter nach oben. Und von dort aus werden wir dann irgendwo diese Schallbarriere erledigen können. Diese Trümmer. Ich höre hier auch irgendwo einen Raben von Odin. Aber wie immer weiß ich nicht genau, wo der steckt. Da ist sie. Die andere Treppe. Hack Silber. Ah, dafür brauchen wir die Chaoskriege. Perfekt. Hier unten ist erstmal nichts. Ja, wir haben den beiseite geschoben. Und so können wir jetzt an die legendäre Truhe kommen. Aha. Hey, weg! Okay. Okay. Ich hätte schwören können, dass sie garantiert. Aber das haben wir jetzt ja nicht gefunden. Einer von diesen... Wie heißt die noch? Diese Säulen da, diese Beschwörungssäulen ist. Aber es sind einfach nur viele Ehrlichter. Geht natürlich auch. Vielleicht verraten die Runen etwas über die Geschichte dieses Ortes. Ha. Gut versteckt. Oh! Ein Artefakt aus dem Flussreich. Ich war noch nie dort. Es soll aber schön sein. Ank. Ach! Ägypten. Ist das jetzt etwa ein erster Hinweis auf die nächste Götterwelt? Ein Symbol, das für das Konzept des Lebens steht. Es stammt aus einem Land, das ich schon lange einmal bereisen wollte. Die Zivilisation, die dieses Artefakt hervorgebracht hat, soll alt und dennoch technologisch fortgeschritten sein. Dort fährt man Götter, die halb Mensch, halb Tier sind und, soweit ich gehört habe, mit Weisheit und Demut regieren. Andererseits sollte man nie zu viel auf derlei Gerede geben. Schon gar nicht, was Götter angeht. Mhm. Wie gesagt, dass es diese Götterwelt gibt, das haben wir ja schon in God of War 4 erfahren. Durch die Symbole in Tears Gruft. Ich frage mich wirklich, ob das so die nächste Götterwelt ist. Es wäre eigentlich danach so eine der... Ach, wieder ein Ix-Rassil-Juwel. Eine der populärsten, die in Frage kämen. Helgis Tod. Asche zu Asche, Knochen zu Knochen, wo die Liebe nicht leben kann, wohnt der Tod. Hier sind die Worte von Prinz Dergere. Von meinem gerechten Speer tropft rot das Blut dieses Schufts, König Helgi. Mein Vater hat ihm in seiner Weisheit die Hand meiner Schwester, Prinzessin Sigrun, verweigert. Denn er kannte seine wahre und dunkle Natur. Erzöhnt durch diese Beleidigung versammelte König Helgi seine Truppe und marschierte in unser Land ein, um seine Braut einzufordern. Seine blutrünstigen Soldaten stießen ihre Schwerter in die Herzen aller, die sich gegen ihre unreine Vereinigung aussprachen. Mutter, Vater, alle meine Brüder, gejagt und abgeschlachtet. Alles nur, weil ihm meine schöne Schwester verwehrt wurde. Als einziger überlebender männlicher Nachkomme spießte ich den Schurken Helgi mit meinem Speer auf. Tat meine Pflicht und Rechte meiner Familie. Was ne Geschichte, ey. Ziemlicher Abfuck, wenn ihr mich fragt. Sieh nur, die andere Hälfte des Schlüssels. Nice. Ich wusste, diese Schlüsselteile passen zusammen. Zu welchem Schloss gehört ihr? Die Tür zur Schatzkammer öffnen. Ja, das ist die Frage, Leute. Das ist die Frage. Also, wir haben zuerst den da. Dann haben wir den. Und dann haben wir den. Wir waren zu langsam. Das ist ja mal wieder geil. Okay. Eins. Zwei. Ah. Jetzt hat's geklappt. Na, Blutmeet. Ih, du'n Apfel. Da müssen wir aber auch immer noch zwei weitere finden. Dreifach schlau. Silberstufe. Jetzt frage ich mich natürlich, haben wir jetzt hier... Hier fehlt noch ein Artefakt. Und ein Rabe ist hier auch noch. Aber ich weiß nicht, wo. Ich weiß nicht, wo. König Helgi massakrierte ihre Familie nur, weil er sie nicht haben konnte. Nur ihr Bruder, Prinz Dacher, überlebte und tötete den irren König. Sigrun und ihr Bruder hatten Streit deswegen. Ah, in all der Zeit, die Sigrun und ich miteinander verbracht haben, hat sie nie etwas darüber erwähnt. Vielleicht hat ihr gefallen, wie du sie gesehen hast. Ich hoffe, man ist ja irgendwie auszugehen. Der eine ist vor allem auch ein bisschen stärker als der andere. Und er hat auch, glaube ich, ein anderes Element, oder? Geht so, geht so. Der ist auf jeden Fall dran. Der lebt. Betaler geht's nicht. Ich brauche es gerade drinnen. Ich kann nichts machen. Ich kann literally nichts machen. Und auch, der ist da unten. Der nächste Finish. Boah. Dem Kodex. Wenn sie anfangen zu buckeln, ist es an der Zeit, den Schild hochzunehmen. Bei so wilden Angriffen ist Ausweichen sinnlos. Das habe ich jetzt auch festgestellt. Gegner erledigt. Ja. Und hier kommen wir aber ansonsten auch nicht weiter. Das ist also einfach ein Areal gewesen, wo Atreus dann halt langmarschiert ist. Aber weiter dann nichts. Aber hier ist noch... Oh, ist das ein Schatz? Hüftschutz des Leitbildes. Eine Rüstung, die am See der Neuen verstreut gefunden wurde. Sie wurde aus Schätzen gefährdet, die zu ihren Tyrus in die Welt gebracht wurden. Leitbild. Tyrus rechte Armschiene. Jetzt klappt das schon wieder nicht, ne? Manchmal regt es mich wirklich auf. Gelesene Runen. Also nach Frieden kein goldener Krieg. Inschrift auf einer Armschiene der Statue von Tyrus. Eisen ist viel härter als Gold. Dennoch ist der Frieden manchmal so zerbrechlich wie ein Ei. Da hat er wohl recht. Das scheint aktuell so. Weil lange wird dieser Frieden nicht mehr... Also wir haben ja eigentlich gar keinen Frieden. Aber er wird nicht mehr lange anhalten. So. Wir haben hier jetzt zwar wie gesagt nicht alles gefunden. Aber wir gehen trotzdem erstmal weg. Immerhin haben wir den Schlüssel von Sigrun. Zur Hälfte zumindest. 5000 Erfahrungspunkte auch schon wieder. Ah, das bringt weniger Runenkraft, dafür mehr Glück. Bei Nahkampfangriffen besteht die Chance auf einen kritischen Treffer, wo sich eine zerstörerische Explosion ausgelöst wird. Klingt eigentlich ziemlich gut. Aber das machen wir dann auch erst, wenn wir alle weiteren Teile der Rüstung haben. Das war's für das Problem. Untertitelung des ZDF, 2020